Guten Tag meine Lieben, meine Lieben. Heute gucke ich ein vegetarisches Menü. Das heißt gebraten Süßkartoffeln mit Äbsen und jungen Möhren und gebraten Spiebel. Also meine Lieben, ich habe meine Süßkartoffeln, das ist Äbsen und jungen Möhren, Tomatenmark, Spiebel, das ist Zimt, Salz, Pfeffer und Gemüsebrühe und Oliveröl. So, ich gehe weiter. Also meine Lieben, meine Lieben, das ist Knoblauch, habe ich geschnitten, Spiebel schälen, geschnitten, Süßkartoffeln schälen, waschen und geschnitten. So, ich gehe weiter. Meine Lieben, meine Lieben, das ist Oliveröl, habe ich genommen, das ist für Spiebel und das habe ich normales Öl genommen, für Süßkartoffeln und ein bisschen Öl genommen für Gemüse, für Äbsen und Möhren. Dann gehe ich weiter. Oh, lecker! Und Zwiebel auch, sie muss ein bisschen braun werden, dann ich warte. Okay, jetzt meine Spiebel sind schon braun, ich habe Salz gegeben und jetzt muss ich ein bisschen Sins geben, ein bisschen, nur ein bisschen. Ja, und dann Tomatenmark dazu, ein bisschen auch und dann, ich brauche auch diese Tomaten, weil ich brauche auch Flüssigkeit, ein bisschen Flüssigkeit. Dann, ich nehme nur ein bisschen. Ist okay. Und dann kommt ein bisschen Gemüsebrühe und das viel Geschmack. Und fertig. Meine Lieben, meine Lieben, unser Menü ist fertig, einfach und lecker auch, schnell und einfach. Vegetarisch! Dann, guten Appetit!